Es ist der 29.04.1945. Nur einen Tag vor Hitlers Selbstmord befreien US-amerikanische Soldaten endlich das Konzentrationslager Dachau. Der letzte Kommandeur des KZs, Eduard Weiter, flieht vor den Amerikanern in das wohl schönste Außenlager des Konzentrationslagers, Schloss Itter. Das Madrische Schloss in den Bergen Österreichs wird ab 1943 hauptsächlich zur Beherbergung bedeutender französischer Gefangenen genutzt. Darunter fallen ehemalige Generäle, Premierminister und sogar ein ehemaliger Präsident Frankreichs. Da das Dritte Reich jedoch Anfang Mai 1945 völlig auseinanderfällt, erkennt der KZ-Kommandeur weiter, dass er auch in Itter nicht sicher ist. Er will zunächst fliehen, nimmt sich dann aber am 2. Mai das Leben. Der SS-Sturmbandführer Sebastian Wimmer übernimmt daraufhin das Kommando über das Schloss. Einen Tag später schickt er den Häftling Csukovic, ein ehemaliges Mitglied des jugoslawischen kommunistischen Widerstands, um Verstärkung zu suchen. Csukovic macht sich auf den Weg, nicht aber um deutsche Verstärkung zu finden, sondern um mit US-Truppen zurückzukehren. Er schafft es zwar, seine Nachricht zu übermitteln, der Vorstoß der Amerikaner ans Schloss wird aber festgenagelt und bleibt stecken. Weil Csukovic' Rückkehr ausbleibt, entschließen sich die zurückgebliebenen SS-Truppen dazu, in die Wälder zu fliehen. Die Gefangenen bewaffnen sich mit dem zurückgelassenen Material und übernehmen das Schloss. So ergibt sich die Ausgangsposition für das wohl seltsamste und unwahrscheinlichste Gefecht des 2. Weltkriegs. Als am 4. Mai immer noch keine Amerikaner zu sehen sind, radelt der tschechische Koch und ehemalige Gefangene Andres Krobot ins nur wenige entfernte Wörgl. Ein hohes Risiko, denn um Wörgl waren immer noch viele SS-Soldaten verstreut. Doch die Häftlinge müssen handeln, denn sie wissen, dass gegen Ende des Krieges viele SS-Truppen ihre Gefangenen exekutieren, bevor sie fliegen. Zwar hat sich ihnen der wegen Verwundung zurückgelassene SS-Hauptsturmführer Kurz Siegfried Schrare angeschlossen, doch nur auf sein Verhandlungsgeschick möchten sie nicht hoffen, sollte die Waffen SS vor den Amerikanern eintreffen. Krobot gelingt es, Angehörige des österreichischen Widerstands zu finden. Diese führen ihn zu Major Josef Gangel. Der Wehrmachtsoffizier und eine Handvoll seiner Soldaten waren zuvor dem österreichischen Widerstand beigetreten. Sie versuchten die Bewohner Wörgls vor der SS zu beschützen, denn diese hatten bereits weiße Fahnen an ihren Häusern gehisst. Darauf stand die Todesstrafe, selbst für die im Haus wohnenden männlichen Kinder. Trotzdem entscheidet sich Gangel, als er Krobots Nachricht erhält, Wörgl zu verlassen und in die Schlacht zu ziehen. Er und zehn seiner Männer machen sich auf den Weg zum Schloss. Mehr kann er nicht entbehren. Zu seinem Glück aber trifft er im nahegelegenen Kufstein auf US-Captain John Lee und seine Männer. Er zeigt ihnen Krobots Nachricht, erklärt ihnen die Lage. Gangel und Lee verbünden sich. An einer gefährlich scheinenden Brücke lässt Lee dann jedoch den Großteil seiner Männer zurück. 14 seiner Soldaten, elf Deutsche, ein M4 Schirmenpanzer und ein Lkw mit Fahrer erreichen das Schloss trotz dem Widerstand der SS-Truppen ohne Verluste. Die Häftlinge freuen sich zunächst über die Soldaten, hätten aber durchaus mehr erwartet. In der Nacht beziehen sie Stellung. Gangel gelingt es, den Widerstand in Wörgl anzurufen und nach Verstärkung zu fragen. Zwei weitere Soldaten der Wehrmacht und ein jugendlicher Österreicher eilen zu Hilfe. Die Waffen-SS nutzt die Nacht und observiert das Schloss. Das ist der Morgen des 5. Mai 1945. Aus den Wäldern rücken die Soldaten der Waffen-SS an das Schloss heran. In ihrer vergifteten Ideologie gefangen kämpfen die Fanatiker für ein längst verlorenes Vaterland. Völlig in Unterzahl steht das unwahrscheinliche Bündnis aus US-Army, Wehrmacht, einem SS-Soldaten, hochrangigen französischen Politikern und anderen Gefangenen verschiedener Länder den ca. 150 Feindsoldaten gegenüber. Auf Lees Befehl sich zu verstecken reagieren die Häftlinge nicht. Tapfer kämpfen die meist unausgebildeten Männer Seite an Seite mit Lees und Ganges-Soldaten. Magazin und Magazin leeren die Verteidiger auf die Angreifer aus. Der Sherman-Panzer, den sie am Eingangstor positioniert haben, kann den Vorschuss zunächst aufhalten. Die Waffen-SS ist jedoch mit der berühmt-berüchtigten 8-8 ausgestattet. Einmal in Stellung gebracht, kann die 8,8 cm Flak den nur mäßig gepanzerten Sherman ausschalten. Die Crew überlebt, aber der Druck auf die Verteidiger steigt. Doch auch ohne Panzer, die mittelalterliche Festung bietet den Verteidigern genug Schutz, um sich gegen die zu großen Teilen besser ausgebildeten und ausgerüsteten Feinde in Überzahl zu behaupten. Als Paul Reynaud, ehemaliger französischer Premierminister, unvorsichtig zum Feind blickt, gerät er unter Scharfschützenfeuer. Major Gangl erkennt die Gefahr und eilt ihn zu Hilfe. Er schafft es, Reynaud aus der Schusslinie zu bringen, wird aber bei der waghalsigen Rettung selbst tödlich getroffen. Gangl wird der einzige Verteidiger bleiben, der die Schlacht nicht überlebt. Zum Mittag hin geht der Munitionsvorrat zur Neige. Waffen-SS rückt näher ans Schloss heran und die Verteidiger können ihn von Stunde zu Stunde weniger entgegensetzen. In dieser verzweifelten Lage meldet sich Jean Borotra für ein Himmelfahrtskommando. Der französische Tennisprofi und Politiker springt über die Schlossmauern und versucht durch die Belagerung hindurch zu rennen und Hilfe zu holen. Und tatsächlich, Borotra schafft das Unmögliche. Er rennt einfach durch die Reihen der Waffen-SS hindurch, unentdeckt, unverletzt. Dem gelingt es, den am frühen Nachmittag aufgestellten Einsatztrupp der Amerikaner aufzusuchen und ihn zum Schloss zu führen. Im Schloss selbst jedoch sind die Umstände währenddessen düster. Keine Munition, kein Panzer, alle Hoffnung liegt auf Borotras Hilfe. Doch sie schwindet von Minute zu Minute und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Verteidigung nachgeben muss und Schloss Itter fällt. Bis in den Nachmittag hinein verteidigen die Verbündeten mit Hand und Fuß die Burg und in der dunkelsten Stunde dann hören sie in der Ferne die Motoren. In letzter Sekunde erreicht der Einsatztrupp der US Army das Schloss. Die Truppen der Waffen-SS haben keine Chance und müssen sich ergeben. Insgesamt werden neben den einigen Dutzend Toten ca. 100 Soldaten gefangen genommen. Die Schlacht um Schloss Itter ist vorüber. Nur drei Tage später endet der Zweite Weltkrieg in Europa.